Das Tor der Woche geht in die neue Saison. Gewinne tolle Preise und entdecke die neuen Features von easportsfootball.de Exklusive Videos mit Produzenten, Superstars und solchen, die es werden wollen. Erstelle in wenigen Schritten dein Gameface. Bring dein Gesicht ins Spiel und starte als Virtual Pro deine FIFA 10 Karriere. Mit unserem Video Highlights Tool kannst du deine schönsten Tore kunstvoll zusammenschneiden und sie stolz der Community präsentieren. Mach mit beim FIFA 10 Tor der Woche Wettbewerb. FIFA spielen, Torschießen und in der Sofortwiederholung den entscheidenden Spielzug markieren und speichern. Danach kannst du dein Video direkt aus dem Spiel auf easportsfootball.de hochladen und dich für das Tor der Woche bewerben. Gewinne fantastische Preise wie eins von 36 handsignierten Bundesliga-Trikots. So groß kann Fußball sein.